Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 1,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich wollte eine schöne Maus mit einer schlichten roten Beleuchtung haben. Erhalten habe ich eine Maus, welche wie ein Regenbogen in allen Farben pulsiert. Auch mit den mitgelieferten Treiber-CD, gibt es keine Möglichkeit eine einzelne Farbe zu definieren. Man kann einzelne Tasten in deren Funktionen konfigurieren, genauso wie DPI bzw. Profile erstellen. Aber das was ich wollte ist, nicht vorhanden. Nämlich eine schlichte Maus, welche rot leuchtet. Ich brauche keine DPI und Profile und den ganzen Firlefanz. Einfach anstecken fertig. Schade, schade. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.